Der Sonic Scrubber reinigt schneller, besser und einfacher. Sie brauchen nie wieder mit der Hand zu schrubben. Schauen Sie, mit dem Sonic Scrubber beseitigen Sie beispielsweise Zahnpaste und Seifenränder in Waschbecken und Wanne. Einfache Reinigung von Herd und Mikrowelle. Entfernt hartnäckigen Schmutz am Fensterrahmen. Reinigung schwer erreichbarer Stellen an Toiletten. Beseitigung von Schmutz und Ablagerungen in Duschkabinen. Das Geheimnis der Sonic Technologie liegt in unglaublichen 3600 Oszillationen pro Minute, welche den Schmutz schon bei bloßem Kontakt verschwinden lässt. Selbst hartnäckigster Schmutz wird in Verbindung mit Ihrem bevorzugten Reinigungsmittel kraftvoll und gleichzeitig sanft und schonend gereinigt, ohne das Material zu beschädigen. Durch die separat erhältlichen auswechselbaren Bürstenköpfe erweitern Sie die Anwendungen. Bürstenkopf mit harten Borsten für die Reinigung von Fugen und schwer erreichbaren Stellen in Duschen. Der kegelförmige Bürstenkopf mit harten Borsten ist ideal für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen an Toiletten und in Ecken. Zur Reinigung großer Flächen wie Badewannen, Spül- und Waschbecken benutzen Sie den großen Bürstenkopf mit mittelharten Borsten. Selbst hartnäckige Flecken in Teppichen, auf Kleidungsstücken oder Möbeln entfernt der Sonic Scrubber vollkommen mühelos. Der ergonomische Anti-Rutschgriff gewährleistet einen komfortablen und sicheren Halt. Ob die Sohle der Joggingschuhe, der Kerzenständer, die Uhr oder die Fußleisten. Es gibt unzählige Anwendungen, die den Sonic Scrubber zu einem unverzichtbaren Helfer bei allen Putzarbeiten macht. Der Powercleaner verringert Ihre Putzzeit um 50 bis 75 Prozent. Er ist ideal für Küche und Bad. Sie erreichen auf einmal alle schwer zugänglichen Stellen. Dank der Sonic Oszillationstechnologie ermöglicht er konstantes Schrubben ohne Unregelmäßigkeiten. Nehmen Sie den Sonic Scrubber jetzt mit und zusätzlich die auswechselbaren Bürstenköpfe für noch mehr Anwendungen. Jetzt!